hallo minecrafter und herzlich willkommen zur dritten folge minecraft captive captive minecraft winter realms wir haben letztes mal noch eine mobfalle gebaut bzw die ersten mobs getötet und dadurch den zugang zu einer weiteren kiste freigeschalten und aber auch so was ganz anderem was habe ich denn jetzt gemacht jetzt ist mein inventar weg ah ich habe vorhin was jetzt ich habe vorhin außersehen shift f1 gedrückt weil mein aufnahmeprogramm liegt auf der f1 ja genau eisen da wollte ich weitermachen wir haben letztes mal das erste eisen gefunden war hier direkt bei unserem gang nach unten und hier war unsere sogenannte monsterfalle wir können hier schon xp fahren wir dürfen wir müssen nur ein bisschen aufpassen dass hier kein ich weiß gar nicht ist es auf hardcore hier ich esse mal lieber was zwei äpfel zwei äpfel sind schon mal besser wie nichts wir könnten sogar den endermann schon killen so aber auf jeden fall wir haben eisen das eisen hauen wir auch gleich mal in den ofen wir haben ja noch zwei kohle das andere fleisch haben wir oben wir sollten hier mal noch ein paar stufen bauen bluestem clay was was mit bluestem clay verstehe ich jetzt nicht muss ich das vielleicht ist es wichtig aber vielleicht auch nicht so ich will hier nach oben oben ist schon wieder nacht da ist auch noch mal eine kiste juiuiuiui hochselblings ist auch gut weil so viel holz haben wir nicht mehr dann ist man da ein und da ein das fleisch wollte ich wegpacken wir haben noch mal ein buch und wir könnten hier unser häuschen mal erweitern unser häuschen ist cool gesagt ja ist einfach nur ein bisschen schnee aufeinander getürmt aber man kann es auch haus nennen ja passt schon würde ich sagen wo habe ich den ganzen schnee habe ich jetzt unten und ich hoffe dass jetzt keine zombies kommen man kann es auch haus nennen ein paar schnee äh schneeblöcke aufeinander was ich mir manchmal denke ist schon interessant wir nennen es einfach mal haus also ich kann auch mal schmerzen ich will nicht man while um ja ich will nicht ich will nicht das kann man nicht zockt noch nicht ja ich will nicht es ist ja interessant Erde haben wir doch auch noch irgendwo. Aber unten. Erde ist unten. Dann müssen wir nochmal runter. Oh, was ist denn das? So ein Monument ist schon frei. Zwei Monumente sind frei. Da muss ich mich mal damit beschäftigen. Schon wieder Blue Stained Clay. Ich check's nicht. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Blue Stained Clay. Genau, toll. Und? Und? Was soll ich damit anfangen? Na, jetzt hätte ich auch noch die Dings mit hochbringen können. Den restlichen Schnee, den ich unten habe. Das darf ich auch nicht. Das ist ja doof. Ich baue mal den Schnee hier noch ab. Wenn ich könnte. Dann können wir daraus nämlich noch ein paar Blöcke bauen. Und da pflanzen wir Erde hin. So. Gut. Und da wollte ich noch eine Türe pflanzen. Naja, ich weiß, Türen pflanzt man nicht. Aber ich schon. Kann man nämlich die Kiste noch mitmachen. Und die da hinten auch. Und dann sieht das alles schon viel besser aus. Haben wir dann vielleicht noch ein bisschen ein paar Sieds. Jawohl. Jawohl. Da ist schon die nächste Kiste. Oh, reingefallen. Also. In das Los. Zwei Sieds haben wir noch mal. Pflanzen wir direkt an. Direkt anpflanzen. Alles anpflanzen. Ähm, Kiste. Achso, ne. Die wollte ich eigentlich oben lassen, die Kisten. Dann kommt mal Essen rein. Oh, das Eisen unten ist fertig. Das Eisen ist fertig. Das ist das nächste Achievement. Ähm. Jetzt haben wir drei Bücher. Eins habe ich gelesen. Eins nicht. 34. 29. Ah, heute ist meine Schaufel gebrochen. Aber ich habe das Monument gefunden. Ähm. Tief im Schnee eingegraben. Ah, und wenn ich ein paar, äh, harte, äh, harte, äh, Clayblöcke, also Tonblöcke hätte. Nee, Clay ist, äh, Lehmblöcke hätte. Und ein paar Farben. Und dann könnte ich das Monument wieder herstellen. Hm. Gucken wir mal. Eine Blume haben wir. Ja, nicht vergessen. So, wir gehen jetzt mal wieder runde. Und holen das Essen raus. World Border Expanded. Das ist ja ähnlich. So, was müssen wir jetzt machen? Gucken wir mal in die Achievements. Eisenhammer... Eine Eisenschaufel wäre am besten, oder? Äh, eine Eisenhacke. Erstmal runterkommen, um Diamanten zu fahren. Aber wir könnten hier unten auch mal... Und da können wir nicht, weil wir das Fleisch oben haben. Ah, wieder... Wo ist denn Clay? Wo ist denn Clay? Vielleicht heißen das Monumento. Was heißt das hier? Ja, aber wie kriege ich denn? Äh, Fleisch... Nee, nicht so, sondern so. Wir sind Fleischbraten, dann machen wir uns hier... Mann, ich... Mann, ich... Okay. Was ist das? Ah, eine Eisen-Pressure-Blade kann man hier in Vanilla machen. Eine Eisenspitzhacke, das ist sinnvoll. Und dann machen wir uns noch ein paar andere Werkzeuge. Äh, was wollte ich denn nochmal? Ah, eine Innenstadt. Äh, nee. Ja, genau, eine Innenstadt. So, eine Schaufel wäre vielleicht auch wichtig, oder? Kollegens, was sagt ihr? Schaufel, ja oder nein? Ich sag ja. So, und dann können wir nämlich... Mal, äh, so auf Forschungskreise gehen. Ne, wir haben nichts zu essen. Ah, doch. Gleich haben wir was zu essen. Jam, 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 jam. Was haben wir denn da? Steaks. Fünf Steaks. Okay. Dann gehen wir mal nach unten. Wir haben noch vier Fackeln. Ist nicht viel. Oh, Creeper. Ah, Löchen. Wow, ich dachte, der explodiert. Platzieren hier mal einen Fackel und... Ach, da kann ich ja noch keiner platzieren. Jetzt ist die Frage... Oh, da kommt wieder einer. Au. Oh, ich sollte essen. Ich sollte essen und ein bisschen recken. Sonst ist die Expedition hier nämlich gleich vorbei. Ich weiß halt nicht, äh, was hier weitergeht. Das ist, ich glaube... Da unten kommt noch mal eine Kiste. Oh, nein! 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 Oh, da sind schon die nächsten Haufen Zombies unterwegs. Den kann ich wegmachen. Warte mal, was machen wir denn da hin? Ist das Clay? Nein! Nein! Wir haben Bone Meal. Scheiße! So, warte. Doch, wir kommen weiter. Nein! Oh, macht doch nicht so'n Blödsinn! Boah! Shit, Alter! Irgendwo muss noch ein Skelett stehen. Wenn ich den jetzt abbaue, find die hier. Warte mal. So, und jetzt baue ich den ab und den pflanze ich da wieder hin. Aber jetzt habe ich nicht mehr genug Steine. Ich muss nämlich aufpassen, dass sich den Zombies hier keine Möglichkeit gibt, hochzukommen. So. Scheiße! Come on! Was machst du denn da? Was ist denn hin? Was ist denn hin? Was ist denn hin? Also hier ist auf jeden Fall Clay. Warte mal. Den bauen wir jetzt ab. Oh, das war nicht so klug. Das war nicht so klug, weil das ist runtergefallen. Ich leuchte hier mal ganz schnell aus. Und verkrieche ich mich dann schnell mal nach da oben. Scheiße! 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 Ah! Mann! Wie dumm bist du denn? Mann! Wie gestorben! Also, ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Minecraft!